das schwarze Tor die Norde hallo so was so und nun aus ach nicht das schwarze Tor ich weiß irgendetwas ja ja ich kann mich nicht mehr an viel erinnern aber er ist ja der letzte hier Archimonde und irgendwie er hat auch mal irgendwie so einen Maunt oder so etwas hat er mal gehofft was irgendwie alle braben wollten aha aber ich glaube das macht er nicht mehr ich bin mir nicht sicher keine Ahnung ach ja gut das ist schön ja meine Halbbarkeit sieht noch gut aus ich hab ne Kiste bekommen in der BG die das ist nicht ich hab auch eine tatsächlich 625 da hab ich auf viel von ja hmm ok ok um und für die kunden okay bei den ersten drei vorne brauchst du nicht großartig jetzt hier alles rausknallen ich würde mir das alles für den Boss aufbringen alles klar, ja dachte ich mir auch gerade ja so da kann ich für die Schaden nicht durch ja und die dritte wird ich bin nicht schön dass sie würden immer ist das dann stehenden müssen oben zu können sind und dort Na 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 Naja doch doch Zwei hat's dahin gerafft Oh 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 War auch schon so gut wie So gut wie Trott Die Gubi Wieder betäubt den Weil der Stigmod ist Ach so In Wunder, das stinkt Ich glaub der eine ist tot weil er exzellent falsch geschrieben hat Hm So So Habe ich schon Dinger gemacht Ach das kann ja Möglich sein natürlich Archi Archi Find sie den auch cool Sie sieht ganz schön groß aus Naja Nicht besonders Ich fand die anderen so Wow Und so Der hat keinen Wow-Effekt Keinen Wow-Effekt Wo Wo Wuff Wuffen Wuffen Hallo 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 Ja wie geht's? So Machen wir was hier Puff 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 Mit sich Mit sich Mit sich Mit mir auf meine natürliche Lache Puff Ah Puff schluss noch nicht da bin ja hier ist ganz selbst in die Ferne ja ein und gegen die uns viele wieder Ja gut, ist auch viel Effekte da immer auf dem Boden dann. Aber HT gibt es schon wieder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es wenig gibt, die HT oder Hysterie oder so zu tun wird. Hehehe, Eisketten, alles klar, das bringt es natürlich. So, kuckisch, schau. Oh! Kalmar ist tot. Nein. Kalmar lebt. Aber Kalmar kriegt Schaden. Nein, das kriegen wir alle hier. Wow. Ja. Die ist eine Kugel. In Berlin. Doch, da ist eine Kugel. Scheiße, das ist eine Kugel. Scheiße, das ist eine Kugel. Scheiße, das ist eine Kugel. Der holt, der soll ihn aus dem Müll hier rausholen. Oh. Oh. Ja, in 110 Millionen Leben. Oh, oh. Oh. Was ist jetzt los? Das ist ja. Ja, der war plötzlich weg, ne? Der ist weggelaufen, du dachtest irgendwie, so hat er sich bewegt, ey. Ja. Ja, wenn ich ihn schlage, dann soll er stehen bleiben. Ja, das ist richtig, ne? Mit dem richtigen Leben, ne? Ja. Ha. Und sich schon gar nicht wehren. Hm, das ist das Beste. Nein. Ah. Das klingt mega schön scheiße drin. Gesundheit niedrig, das klingt doch nicht gut. Hm. Ich bin tatsächlich tot, ja? Oh, tut mir leid. Ey, ich war auch, ich hab irgendwie nicht geschaltet. Ich hab... Ich hätte so, wie so ein Tunnel blicken, irgendwie so. Trotzdem ist ja heilerscheiße. Ja. Und ich auch. Wenn er dich nicht heilen kann, ne? Hm. Oh, wo bin ich? Du bist irgendwo reingebautet worden, du. Du kannst aber auch wieder rausführen. Ja. Na Gott sei Dank, dann bin ich nicht alleine hier, ne? Nervlich. Wie sind denn nur 21 Sekunden? Hm? So. Oh, shit. Von 21 sind schon drei tot. Oh Gott. Mhm. Mhm. Aber ja. P Die Belden. nicht auch schon wieder irgendwo gelandet es ist ich muss nur überleben nun um Kölner ist so gut für die Hörer er hat mich nicht gepostet dann war ich tot ach ja das ist ein Scheiß also noch ein anderer verreckt das hatte ich schon mal das erste Mal hier drin war denn nach und nach sind die Leute verreckt und dann und dann sind sie alle geholfen letzten Endes auch und ich bin irgendwo in der Luft nur ich bin ja ich bin ja irgendwo und in Schienloch oder die und sie hat sich bis in die Stratosphäre geballert und jetzt fällt sie langsam runter sie ist gar nicht Eppi Eppi aber sieht gut aus Ja, guck, wie spürzt du das. Obwohl, jetzt wird er schon weniger auf den. Kann uns keiner wiederbelegen. Nö. Denn es ist tot. Todesursache. Wetterbedürfnis. Berührung der Schatten. 42.000. Hm. Geil. Das ist ein spannender Kampf. Ja, da kommt auch ein kleines Video, glaube ich, wenn man den zum ersten Mal umbrettert. Äh, echt? Über 2% haben wir es nicht geschafft. Ne, echt? Nein. Dann gebe ich mal frei. Oh, ich. Wie beim ersten Mal, da war es genauso. Nach und nach sind die Leute verreckt. Weißt du? Ja. Oh, bis Feierabend war, ne? Oh, nicht. Ey, wir müssen mal wieder Geld einzahlen in die Gegenbank, ey. Das muss ich ihm halt alles selber bezahlen, hier. Nein, scheiße, ey. Echt. Das ist echt scheiße. Gibt's Guter? Ey, vor allem 2%! Das ist doch nicht. Schande. Schande, Alter. Schande. 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 Opfer. Schande, Opfer. Schande, Opfer. Ja. Opfer, Schande. Ja. Opfer, Schande. Ich dachte, die kriegen das noch hin, aber ich hab dann gesehen, der Schande wurde nach und nach immer weniger auf dem, ne? So, wenn immer die gesagt haben, ich hab gar nicht gelesen, aber. Ich auch nicht. Okay. So, dann musst du dann nehmen wieder mit. Jaronimo. Jaronimo. Leroy, Jolken. Jolken. So, ich pulle. Woll. Jolken, ich bin mal. Ich hab, opportunities bei sowohl, wie ich bin, mit mit für die Böden 8 ich er hat der Morgang ich sterbe ich freue mich die überlegte welchen Dekade meint mich gar nicht mehr sieht man denn nicht was das nicht Halt doch mal das Maul! Also... Hupf! 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 Wie geht's denn noch? Wenkel! Mach mal diese Kugeln oder so! Welche Kugeln? Denn die die überall rumkammeln? Oh, Wisch, was geht ab hier? Oh, ich hab voll die Lecks gerade! Ja? Hm... Weil der Rechner gerade stirbt, oder? Ich weiß nicht... Ja, von wie da ist das? Barbarisch, ey! Ah, weg da, Jocheno! Echt jetzt? Du kannst ja die Eisküttel nicht verstehen! Alter! Ich brauch hier, Mann! Die Kugel, ne? Autsch! Was soll das? Roten, äh, Höhlen-Dings, äh, Zielwechsel! So, jetzt denn, da? Ja, toll! Schöne Scheiße! War doch gut, sagst du, ne? Ich bin gleich tot! Alter! Heil mich doch! Nein, ich kann mich auch selber heilen! Schön weh dann, der Kugel! Eins, Hilfe! Mmmmm! Junge! Schroren. Kitzel! Diehle. Deine Gerra? Kitzel! Eile Gewuss! was was macht er mit diesen Eisketten ich verstehe nicht Eisketten verlangt haben ja nur das Ziel und und er will den Blutsch nicht bekommen die Schichter auch jetzt die Sinti normal auch hier die Demonstrationen Sert der Wunder Kürcher die Kieler von ihr und sie bleiben nicht und wenn ihr stehen bleiben ja weil ich sie schlafen musste ach so, sie müssen schlafen oh ah, geht wer erst mit einem na, ich weiß ja nicht ich hab's kein Zimmer wozu haben wir heile oh ich raff diese Eisketten nicht, das irritiert mich voll ja, weil diese so wesentlich sind, ne? ja, aber doch nicht Archibonde, warum macht die Eisketten auf Archibonde? versteht nicht weg, ohne mit den letzten Jahren ich bin nicht mit mir ich bin jetzt wieder in diesem scheiß Ding und ich jetzt wieder sterben wo ist denn so, das ist brav wo geht denn da noch? scheiße mir ist jetzt erstmal was eingefallen, ne? fuck was ist los? so renn nicht weg Alter, wo soll man denn hier jetzt noch hin, Mann? Alter, wo soll man denn hier jetzt noch hin, Mann? wenn man da auch irgendwo landet wenn man da auch irgendwo landet also ich lande bin immer noch unten bei dem ja krieg aber echt viel Schaden, ja ja, ich glaube, du pustet gleich wieder weg ja ja echt jetzt das ist scheiße ja ja Boat Oh Oh, Filmchen Ja, siehst du? Hast du da, du Arsch? Hast du da, du Arsch? Ja 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 gold gold E ant sie sind Christ und liegt das das ist nun sie vollkommen die Leiche warum Ein Schmuckstück. Das war's, das was ich wollte. Es ist noch nicht vorbei. Und noch? Wenn ihr uns je braucht, werden wir hier sein. Wir werden uns wiedersehen. Klapp. Ach juuu. Klappi. Ein weiser Mann sagte mir, im Licht sind wir eins. Die Zukunft gehört uns. Wir werden Draenor wieder aufbauen. Gemeinsam. Stark. Oh, ohne Polte. Wirklich. 685er. So, mal looten. Und ein großwertes Chaos. Könnte gut aussehen. Das ist hier zu klicken. Portal der Kehren-Tor. Ja, liegt der hier kaputt rum. So, ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Das war das Ende des Schlafzug-Browser-Spezials. Ähm, ja, ich muss mal zocken. Überweist uns viel Geld, bitte. Ganz viel, wir sind genug. Und die brauchen das Geld. Genau, Konto-Daten bitte. Per PN erfragen. Ja, ja. Ähm, Pepper geht natürlich auch. Und, ähm, ich finde wer Leistung bringt, sollte auch dementsprechend bezahlt werden. Also, rück mal ein paar Franken Flaschen weg. Und dann... Ja. Weiß jetzt voll 50. Die können auch gesammelt werden. Ja, eben. Kann man auch hier... Ja. Wie sie da immer hier in 15 Säcke wegschleppen da. Ja. Ja. Mit ihren ganzen Billig-Cola-Flaschen da. Ah, 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 ah. Ja, egal. Okay. Es lohnt sich aber. Gut. Hinterlasst doch ein Abo. Würde mir helfen. Tut euch nicht weh. Und dann viel Spaß beim Zocken. Bis denn dann. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.